Hallo und willkommen zurück bei Svotor, wo wir mal gerade auf irgendein Spell lernen können. Tatsächlich, verspotten. Ich gehe zwar nicht auf Tank, aber... Wir können ja mal mitnehmen. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der irritiert ist. Gucken wir mal, ob es hier neue Vierer-Quests gibt. Sieht nicht so aus. Bei dem anderen gab es mehr, ne? Wir haben jetzt hier alles erkundet und wir hatten nur einen Helden-Zwei-Quest. Das ist schon ein Spaß. Die Fleischräuber sind immer noch eine Bedrohung. Aber ohne Bengel als Anführer werden sie verstreut und schlecht gerüstet sein. Der Tempel hätte vernichtet werden können. Der gesamte Orden steht in eurer Schuld, Padawan. Oh, ist eine nette Robe. Der Feind hat Schwachstellen in unserer Sicherheit gefunden. Wir müssen uns gegen ein zweites Korusant wappnen. Ich stimme zu. Wir haben jetzt Sorgen jenseits der Fleischräuber. Die jüngsten Entwicklungen in der Twi'lek-Siedlung verlangen nach einer Antwort. Ihre Matriarchen hat mich an Bengel verraten, aber sie hat sich ergeben und unserem Urteil unterstellt. Dein Verdienst, denke ich. Gute Arbeit. Ihr kennt die Twi'lek, Padawan. Welches Vorgehen empfiehlt ihr? Wir haben Instabilität verursacht, weil wir ihnen die Hilfe verweigerten. Das muss sich ändern. Was Meister Orges geschehen ist, ist unverzeihlich. Aber wenn wir verzeihen und mit ihnen zusammenarbeiten, könnte das beiden Gemeinschaften förderlich sein. Dieser junge Jedi hat ein gefallenes Mitglied unseres Ordens gefangen genommen und den Tempel vor der Zerstörung bewahrt. Ich sehe keinen Grund, weshalb sie länger Padawan bleiben sollte. Eure Tapferkeit, euer Heldenmut und eure Opferbereitschaft zeigen einen starken Charakter. Ihr seid unsere Hoffnung für die Zukunft. Ihr kamt als Padawan auf Tython an. Doch ihr geht als Ritter der Republik. Möge die Macht mit euch sein. So schnell wird man also Jedi-Ritter, weißt du das? Ich verspreche die Werte der Jedi und der Galaktischen Republik zu wahren. Dieser kleine Droide und ich haben eine Menge durchgestanden. Wir sind ein prima Team. Ich sehe keinen Grund dafür, weshalb ihr nicht zusammenbleiben solltet. Wir empfangen ein Prioritätssignal von Coruscant. Es ist Meisterin Kiewix. Meister Orges, alle. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die weitere Hilfe erfordert. Unsere Mutmaßungen über Coruscant waren richtig. Die dunkle Präsenz, die wir seit langem fühlen, ist hier am stärksten. Was kann schlimmer sein als ein gefallener Jedi, der uns angreift? Das gilt es herauszufinden. Die Sicherheit der gesamten Republik steht auf dem Spiel. Die Lage verlangt nach unseren Besten. Meister Orges, ihr und euer ehemaliger Padawan sollte zu Meisterin Kiewix nach Coruscant. Komm zu schnell, es geht zum Senatsgebäude. Meisterin Kiewix, Ende. Komme ich auch meinen eigenen Padawan? Keine Ruhepause für uns, wie es scheint. Erledige, was du hier noch erledigen musst, dann nimm eine Fähre nach Coruscant. Ich werde sofort aufbrechen, Meister. Ich muss noch ein paar Sachen packen, bevor ich los kann. Wir sehen uns auf Coruscant. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Stets. Irgendwer hat gelevelt ab. Ich auch. Er ist sogar schlechter. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Wir können jederzeit zusammen üben. Wir können jederzeit zusammen üben. Ich habe mal auf Shift T gemacht. Soll so ein Notfall Spell sein, weil der ziemlich gut healt. Aber ich habe ja anscheinend echt nichts mehr. Also die zwei Quests, die ich mich erinnere, die gibt es wohl nicht für Jedi Ritter. Und ich bin kein Padawan mehr. Was ist da los? Wieso heißt der nicht Jedi Ritter? Ich bin jetzt Ritter der Republik. Ab zur republikanischen Flocke. Und dann machen wir wieder ein Flashpoint. Aber jetzt muss ich hier die ganzen Berufe und alles lernen. Ich habe immer noch Gefährtengeschenke. Geschehege. Wow. sind nicht viele da sonst hätte ich versucht mal hier so ein Dings zu machen aber wir machen jetzt den hier und dann holen wir uns wieder die ganzen Codex Einträge ups ok was habe ich gesagt Kunstfertigkeiten ne Schatzsuche und Archäologie es bietet sich sogar an also Schatzsuche und Archäologie hier 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 so hier kann ich schon mal farbkristalle herstellen die gar nicht mal so bad sind genau auf den gehen euch aber ein windkristall und alles gut auf schild gehe ich ja nicht ich gehe auf angriffsfokus kann ich aber keinen besseren herstellen wollte meine glückssträhne aus natürlich praktisch wenn man direkt zwei gefährten hat wir können ja mal eine runde drehen ich glaube aber nicht dass hier irgendwas ist was ich brauche okay das mache ich ja sowieso makro das ist das was noch fehlt da bin ich aber noch zu schlecht für nach unten muss ich ok dann drehen wir mal eine runde im kartellmarkt habe ich nichts das ist gebunden modifikations händler wir können es ja mal probieren okay dann machen wir den gruppenfeind da wieder weg ich hatte noch zeit übrig ein kinderspiel weil bei der estelis war jetzt hier die war nicht im gruppenfeind damit drin sobald ich ausgetrunken habe dann trink mal aus die muss ich noch einlagern ich kann die nicht buffen ich kann die nicht buffen ach so damit kann ich den anfordern überlegt grad ich kann die mitnehmen ja da steht der afk rum dann nicht ich werde jetzt die ganzen texte überspringen weil die kennen wir ja schon und dann werdet ihr sehen wie schnell auf einmal der geht ich habe mit nie vielen dank ist ich wir sollten immer vor dem gut zu wissen dass ich die das sind ophi ophi Ich sehe, ich muss in die Kantine gehen, wo mein Gefährten geht. Ich merke, ich mache gar nicht so viel mehr Schaden. Ich mache gar nicht so viel mehr Schaden, das ist... Ich bin euer Mann. Ich bin bald zurück. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde viel mehr Schaden machen, als mit meinem Kommando, aber im Moment sieht es nicht so aus, so lange wie ich für die gebraucht habe. Na los, der ist euer Mann. Ich bin hier, um meine Dienste bei der Verteidigung anzubieten. Ihr nützt uns hier am meisten, Jedi, wenn ihr hier verschwindet und uns nicht stört. Sir, wir können jede Hilfe durch. Konzentrieren wir uns auf eine vernünftige Lösung. Ich fasse es nicht, was hier passiert. Sir, eine Nachricht. Was? Ich bin sicher, kommt euer Wehen hin. Ihr habt Spiechen drin. Bin ich gewusst. Keine, dass wenn. Ich glaube nicht, dass das die beste Vorgehensweise ist. Wir haben keine Wahl. Tut mir. Malz. Halte unser viel. Ach ja, hier kann man ja reiten. Das wäre falsch gewesen. Das wäre falsch gewesen. Hatten die nicht Kampfruinen? Ich hatte noch Zeit übrig. Okay, dann geht's. Wollt ihr meine Glückssträhne ausnutzen? Bin dabei. Ich habe schon gewohnt, hä, wo ist das denn jetzt? Hier die Kristalle. Der Zeitpunkt, Sir. Mein Lichtschwert steht euch zu Diensten. Hört ihr das, Männer? Die Imper... Das ist mein Gefechtsunterstützungsort. Ergibt euch! Sie... Oder tot. Ergibt euch! Sie... Die Brücke, ihr müsst euch beeilen, das war alles eine Falle. Die Imperialen haben uns getäuscht. Da ist sie. Die Botschafterin. Schnappt sie um jeden Preis. Das ist echt kurios, dass ich mit dem Kommando mehr Schaden mache. Oder tot. Da kommen noch mehr. Also mit dem Kommando habe ich die wirklich alle viel schneller platt gemacht. Ich bin echt überrascht. Ah! Es tut mir leid, Commander, aber... Scheint, dass es erst nacht. Wir haben es für Eisen. Wir müssen das rumwägen. Wohin wenden wir uns nun? Wir müssen die Brücke zurückerobern. Je länger ich sagte eines... ...auf er und wir brauchen meine... ...ein der Geh-Ich-Gi. Das liegt vielleicht daran, weil der hier auf Healen ist anstatt auf Damage. Hätte schlimmer kommen können. Weiß zwar nicht wie, aber hätte er es bestimmt. Erledigt. Wollt ihr meine Glückssträhne ausnutzen? Kein Problem. Wollt ihr meine Glückssträhne aus? Didi-Ich-Gi. Wollt ihr meine Glückssträhne aus? Ja, tatsächlich. Wollt ihr fantasy? Nee. Was... ARD Text im Auftrag von Funk naja klappt doch relativ schnell das kennen wir ja alles für mich war es eben erst gewesen als ich den flashpoint gemacht habe ich bin zurück sehr schön ich bin euer mann bin dabei setzen wir mal auf damage ok der war jetzt auf jeden fall sehr schnell tot ich meine solange ich jetzt den healer brauche können wir ruhig mehr damage nehmen so ja dann haben wir die auch schon mal platt mit dem renko ist das hier ein bisschen eng ich weiß die macht war mit mir wie immer ich weiß nicht ich immer die macht war mit mir wie immer richtig gelangweilt und ja war das ob wir es wie ob wir es die zeit kann ich wohl erübrigen natürlich ich ja 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 Smokin Smokin Naja, jetzt kommt wieder der tolle Bonus Ah 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 Was ist das denn? Ja, ja. Was machen wir, wenn wir in der Kantine sind? Dann reden wir ungestört, keine Sorge. Ich hatte noch Zeit übrig. Das wird euch gefallen. Sobald ich ausgetrunken habe. Bin dabei. So, und dann, let's, um, machen wir schon. von hinten innen rücken 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 aber ich krieg ein Schild ich mein ich hab ja jetzt nicht wirklich die Machtkräfte ja die 4 ist auf jeden Fall eine Machtkraft ach der ist sogar runter gekommen aber es ist gut zu wissen dass ich auch auf Schild gehen kann sie tat nur was sie tun musste um das Schiff zu retten und sie hätte Hürde aber ihr wollt ja lasst euren Zorn auf die Botschafterin nicht euer Urteil trüben mein Urteil ist nicht getrübt es muss getan werden da bin ich mir sicher denkt doch mal nach ich würde euch auch die Mühen vergelten mit dem naja minimale Variablen bamm voll gegen die Tür gelaufen habt ihr alle gesehen ne ich bin dabei ich hatte noch Zeit übrig gut sobald ich ausgetrunken habe klingt doch mal aus klingt doch mal aus schon dabei klingt doch klingt doch wie okay n wie die sind die die nicht schlecht also das heißt ich muss einen in Brand setzen und dann Sturmheap Trotz des Bonus versuchen wir so viele wie möglich zu umgehen okay er ist vorher gestorben Mist ich hoffe nur ich krieg jetzt auch genug hin um den Bonus fertig zu machen wenn ich hier so viele überspringe kein Problem sicher ja gut von mir aus gefährten Geschenk ja komm das hier nehmen wir auch mit wir gehen jetzt aber nicht alle Wissensobjekte holen nur das soll wir gerade daneben stehen das andere haben wir ja auch nicht geholt ja 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 Okay, es hat nicht verteilt, schade, irgendwas hat nicht geklappt. Oh, ich seh grad, ich bin gleich tot, Hilfe, ja das ist wenn ich alleine losziehe oder was, hat jetzt Michi gestorben, na gut ich hab auch nicht auf mein Leben geachtet, so ein Dreck. Wollt ihr meine Glückssträhne ausnutzen? So, mitkommen Boys, ne. Irgendwie hängen die hier fest. Ich weiß auch nicht. Aber wenn ich früher gesehen hätte, hätte ich früher meine Spells anmachen können, und den hier, den hier und generell meine Schildspells und sowas. Wie sicher nicht? Ich schade mich auf die Summer. Ich schade mich auf die Winter. Drei, da wir auch nicht machen, die ich jetzt habe, und das geht jetzt in der Fall. Das ist schade, ich schade mich. Wir sitzen ja trotzdem wieder auf Schaden, das dauert nur so lange. Keine Ahnung, um das zu übertragen, was funktioniert. Keine Ahnung. 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 Die Zeit kann ich wohl erübrigen. Bin bald zurück. Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Damit hätten wir Bonus Teil 2 auch fertig. Jetzt kommt die Konsole hacken. Denken wir mal die Konsole. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Schöne, schuhe? Oh, irgendwas habe ich anscheinend vergessen. Ich hoffe, ihr bemerkt, dass die Sache aus dem Router läuft. Ihr lasst mir wirklich wenig auswarnen. Halt die Klappe. Hm, aber die kann ich leider nicht umgehen. Ich bin nicht so weit. Komm, ist jetzt egal. Die Zeit kann ich wohl erübrigen. Immer mit der Ruhe. Gibt es halt unterschiedlich viele. Ich möchte nichts Drastisches tun. Wir sind einfach an allen vorbeigelaufen. So muss das sein. Nun gut, ihr lasst mir keine andere wahren. Jetzt sagen wir nicht, der kämpft da hinten noch. Kann er sich nicht einfach raushalten hier? Okay. Ich werde nicht kämpfen, wenn ihr arm einen wendet. Wendet euch von der dunklen Seite ab. Helft uns, die Leben unschuldiger zu retten. Diejenigen, die nicht stark genug sind, durch ihre eigene Hand zu überleben, verdienen den Tod. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Seid ihr bereit für die Vergessenheit? Ich hatte gehofft, ihr würdet diesem Wahnsinn den Rücken kehren. Ich hatte auf einen Jedi gehofft, der eine echte Herausforderung ist. Ich habe dich nicht mehr gehofft, für die Nacht Cläte choisigen. Ich lade die Batterien unseres Hauptturbolades auf. In ein paar Augenblicken werden euer erbärmliches Schiff und eure erbärmlichen Freunde nur noch schwebende Trümmer sein. Ja, direkt erst noch ein besseres Lichtschwert bekommen. Das ist aber traurig. Gerade ist hergeschellt. Immer mit der Ruhe. Ich hole sie noch ein. Ich hatte noch Zeit übrig. Sobald ich ausgetrunken habe. Die Farbkristalle. Wieso habe ich denn jetzt hier diese Fähigkeiten? Das ist von meinem Agent. Jetzt sind sie weg. Wieso sind die jetzt weg? Jetzt bin ich verwirrt. Wo sind denn jetzt diese Fähigkeiten hin? Na egal, wir fliegen nach Korosan. So, dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.